Kotzt euch diese Sommerpause zwischen WM und Bundesliga auch an wie mich, dann werft einen Blick auf die bereits getätigten Transfers und diskutiert in den Kommentaren darüber, ob die Stärken der Mannschaft durch die Transfer sich verbessert haben oder verschlechtert haben. Es geht los mit dem Top-Favoriten natürlich Bayern München. Auf der Trainerposition gab es einen entscheidenden Wechsel. Für Jupp Heynckes kommt Niko Kovac aus Frankfurt. Der war auch schon Trainer der kroatischen Nationalmannschaft und hat in Frankfurt Großartiges geleistet, unter anderem DFB-Pokalsieg. Aber reicht es für Bayern? Naja, bei dem Kader muss es eigentlich auch ohne Trainer gehen. Wie es früher bei den Weltmeisterschaften der Fall war, da haben sich die Mannschaften selber aufgestellt. Die Trainer waren nur Übungsleiter und haben Trainings-Fitness-Einheiten durchgeführt. Naja, das war aber vor dem Krieg. Und jetzt haben die Bayern mit Leon Goretzka und Serge Gnabry zwei Spieler hinzubekommen, die durchaus Star-Potenzial haben. Renato Sanchez kommt zurück. Kann er sich dieses Mal bei Bayern durchsetzen? Das bleibt die Frage. Ja, und Douglas Costa war ja schon ausgeliehen an Juve. Geht jetzt für 40 Millionen weg. Also eigentlich ein gutes Geschäft für Bayern. Ob sie nochmal auf dem Transfermarkt nachlegen, das wird sich zeigen. Ich denke, die Bayern werden nicht so stark sein wie in der vergangenen Saison, wo sie ja im Halbfinale der Champions League nur um ein Haar an Real Madrid, dem späteren Champion, gescheitert sind. Ohne Heynckes muss sich die Mannschaft erst wieder neu finden. Aber gut, Meisterschaft sollte drin sein. Oder kann da Schalke 04 was dagegen sagen? Also ich denke nicht. Die Vizemeisterschaft war schon eine Overperformance, wenn man das so sagen kann. Mit Leon Goretzka geht ein wichtiger Spieler. Max Mayer ist ein weiterer Jugendspieler, den man davon gejagt hat. Und ansonsten verpflichtet man sich mit Suat Serdar von Mainz und Omar Mascarell von Real Madrid, der letztes Jahr bei Frankfurt gespielt hat. Guter Einkauf. Salif Sané für sieben Millionen aus Hannover, der 1,96 Meter große Innenverteidiger. Und Marc Uth, einer der besten deutschen Scorer letztes Jahr bei Hoffenheim. Er kommt ablösefrei. Also das ist mal ein Transfer, der sich lohnen kann. Ich hoffe, Uth findet sich in Schalke zurecht, denn bei Hoffenheim war er einer meiner Lieblingsspieler. Aber dennoch denke ich, Schalke wird den zweiten Platz in dieser Saison nicht halten können. Dafür fehlt einfach die Qualität. Also die Taktik ist natürlich super gewesen im Rahmen der Verhältnisse. Aber die Schalke haben selber schon gesagt, sie haben eigentlich über ihren Verhältnissen gespielt lange Zeit. Und von daher werden die anderen Mannschaften Schalke kassieren in dieser Saison. Hoffenheim wird ebenfalls nicht den dritten Platz halten können, denn da Nagelsmann ja nach der Saison zu Leipzig geht, denke ich, steht Hoffenheim eine sehr unruhige Saison bevor. Außerdem sind mit Uth und Gnabry zwei der absoluten Top-Spieler leider weg aus Hoffenheim. Stattdessen kommen Leonardo Bittenkurt und Vincenzo Griffo. Die haben schon Qualität, aber bei weitem nicht so viel wie die anderen beiden. Außerdem Ishak Belfodil, der in Bremen mehr Ersatz war als Stammspieler. Ja, Hoffenheim, da geht es runter in dieser Saison für euch vom Platz 3 auf. Ja, internationales Geschäft wird eng. Dafür wird Dortmund wieder angreifen. Ich sehe sie diese Saison wieder als stärksten Konkurrenz von Bayern. Denn sie haben mit Lucien Favre einen absoluten Top-Trainer verpflichtet, der bei jeder seiner Stationen, zumindest am Anfang, für absolute Furore gesorgt hat. Er hat Hertha BSC Berlin fast zu einem Meisterkandidaten gemacht und auch Borussia Mönchengladbach in die Champions League geführt. Also Favre und Dortmund, das kann absolut zusammenpassen. Auch wenn Favre eigentlich für defensiven Fußball steht, zumindest zu seinen Bundesliga-Zeiten, kann er bei Dortmund, ja, meiner Meinung nach viel erreichen. Vielleicht sogar auch die Bayern gewaltig ärgern. Also die Zugänge mit Abdou Diallo aus Mainz mit 28 Millionen, mega overrated. Thomas Delaney für 20 aus Bremen, naja, da will Dortmund jetzt irgendwie mit den Engländern mitspielen, was die Ablösesummen betrifft. Marius Wolf aus Frankfurt für 5 Millionen, ein Schnäppchen, ob er sich durchsetzen kann oder dann doch eher Ersatzes wie Rode oder Schürrle oder Sonstige. Das muss sich auch zeigen. Marvin Hitz auf jeden Fall eine Verbesserung auf der Torwartposition, wenn auch nicht eine überragende. Im Vergleich zu Bürki, Achraf Hakimi, das wird sich zeigen, wie stark der ist, ob er überhaupt dann spielt. Ja, und Jakob Brunlasen kommt aus Stuttgart zurück, aber das ist eher eine Randnotiz. Als Abgänge werden sie schmerzlich vermissen, dann höchstens Sokratis und Michi Batschwey, der wieder zurück zu Chelsea geht. Sokratis geht zu Arsenal und Jamulenko, dass der 20 Millionen noch bringt, obwohl er nur irgendwie 18 Spiele mit drei Toren hatte. Das ist natürlich dann schön für Dortmund, aber gut, dem weint man jetzt unbedingt auch nicht nach. Leverkusen hat die Abgänge von Bernd Leno nach Arsenal zu verklagen und Kießling beendet seine Karriere. Normal hat er ja nicht mehr viel gespielt, aber ein großartiger Spieler war er trotzdem, deswegen sei er hier erwähnt. Und Lukas Radecki kommt aus Frankfurt, damit ein adäquater Ersatz für Leno eigentlich gefunden. Ansonsten Paulinho von Vasco da Gama für 18,5 Millionen Top-Einkauf. Wenn er einschlägt, wie viele Brasilianer in Leverkusen zuvor, dann ist es auf jeden Fall ein guter Transfer. Mitchell Weiser für 12 von Hertha finde ich jetzt auch ein bisschen overrated. Alexander Dragovic von Leicester kommt zurück, der war ausgeliehen. Der Österreicher kann hier durchaus für einen Push bei Leverkusen sorgen. Alles in allem denke ich, dass der vierte Platz in der abgelaufenen Saison auch ein wenig zu hoch gegriffen war für Leverkusen. Und der Heiko-Herrlich-Effekt wird sich hoffentlich nach und nach abnutzen, sodass die Leverkusener sich einen neuen Trainer suchen müssen und nicht mehr den Schwalben-Heiko an der Seitenlinie stehen haben. Leipzig hingegen hat mit Ralf Rangnick einen Erfolgstrainer reaktiviert nach Hasenhüttls für Abgang. Bin gespannt, was der jetzt dann macht. Aber solange Nagelsmann nicht Trainer ist, wird Rangnick die Geschicke leiten. Und das ist nicht unbedingt das Schlechteste. Außer Nabi Keita, der zu Liverpool geht für 60 Millionen, haben die Leipziger keinen großartigen Umbruch zu befürchten. Mit Mugiele von Montpellier, Cunha von Sion und Saraci von River Plate kommen drei Neuzugänge im zweistelligen Millionenbereich. Da darf man gespannt sein, ob Leipzig wieder ein goldenes Händchen beim Einkauf bewiesen hat. Ansonsten ist die Mannschaft stärker als der Platz in der vergangenen Saison. Und mit Rangnick kommt da ein bisschen frischer Wind vielleicht rein. Von daher schätze ich, Leipzig wird wieder weiter oben mitspielen. Vielleicht um Platz zwei oder drei sogar. Stuttgart hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit einigen interessanten Spielern verstärkt. Obwohl die Stuttgarter ja schon sehr gut abgeschnitten haben mit Platz sieben. Besonders Augenmerk gilt auf Daniel Didawi, der ablösefrei aus Wolfsburg kommt. Und Marc-Oliver Kempf kommt ablösefrei von Freiburg. Außerdem Gonzalo Castro für fünf Millionen aus Dortmund. Die anderen sind relativ unbeschriebene Blätter, aber für Stuttgarter Verhältnisse doch mit recht hohen Ablösesummen. Also Stuttgart sollte wieder vorne, mitspielen ist jetzt übertrieben gesagt, aber als Siebter in der Aufstiegssaison ist es schon schwer genug, so eine Position im Folgejahr nochmal zu halten. Dass jemand zehn Millionen für Daniel Ginzek zahlt, nämlich Wolfsburg, das ist schon auch wieder ein gutes Geschäft für Stuttgart. Frankfurt wird meiner Meinung nach zu den größten Verlierern zählen, denn sie verlieren mit Kovac ihren Macher-Trainer, der sie quasi aus dem Mittelmaß gehoben hat, zum DFB-Pokal geführt hat. Und mit Kevin Prinz-Boateng, den Aggressiv-Leader, den Spielmacher-Leader-Stürmer, also Mädchen für alles eigentlich. Und mit Lukas Radetzky ihren super Torwart, außerdem mit Marius Wolf noch einen starken Spieler. Und Alex Meyer, die Ikone des Vereins geht ebenfalls. Also da ist schon sehr viel Qualitätsverlust bei Frankfurt. Ist die Frage, was macht Ante Rebic? Offiziell ist er für zwei Millionen von Florenz gekauft worden, also lächerliche zwei Millionen, nachdem er ausgeliehen war. Wenn man bedenkt, dass die Frankfurter ja eine Ablösesumme von 50 Millionen mal in den Raum gestellt haben, was auch genauso lächerlich ist, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Rebic bleibt, wenn da ein halbwegs vernünftiges Angebot reinflattert, dann ist der auch weg. Und dann hat Frankfurt natürlich noch weniger Spieler. Aber sie werden wahrscheinlich dann natürlich nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Bisher mit Evan Dicca, lustiger Name, von Osea, mit 5,5 Millionen und Gonzalo Paciencia von Porto haben sie jetzt sich nicht gerade aus dem Fenster gelehnt. Gladbach hat sich ein wenig verstärkt mit Alassane Pliar, mit dem teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte. Man wird sehen, was er drauf hat. Dafür geht Yannick Westergaard nach Southampton, Vincenzo Griffo geht nach Hoffenheim und Bobadier, okay, der ist ja auch schon längst über den Zenit gewesen. Also Gladbach dürfte ein wenig stärker sein als in der vergangenen Saison, aber jetzt mit diesen Spielern auch nicht unbedingt gleich wieder ums internationale Geschäft mitspielen. Hertha BSC, ja, da tut sich auch nicht viel. Valentino Lazaro aus Salzburg ist ein guter, aber ob er dann auch wirklich die Hertha aus dem trostlosen Mittelfeld führt, darf bezweifelt werden. Sie haben tendenziell die Hertha eher noch ein bisschen nach unten orientiert im Vergleich zum vergangenen Jahr. Seit Florian Kohfeldt in Bremen ist, ging es ja für Bremen stark aufwärts. Unter ihm gehörte Bremen in der vergangenen Saison zu den Top 5 oder Top 6 Mannschaften. Das muss man sich mal vorstellen. Er hatte ja die Bremer in akuter Abstiegsgefahr übernommen am Ende. Natürlich den Klassenerhalt geschafft. Wenn er jetzt da weitermachen kann, dann ist mit Bremen natürlich auf einem einstelligen Tabellenplatz zu rechnen, ob es weiter nach oben geht. Wenn sie einen guten Lauf kriegen, warum nicht? Harnik ist ein interessanter Spieler, der die Bremer vielleicht nach vorne bringen kann. Die anderen sind doch auch, ja, jetzt auch keine allzu herausragenden Spieler. Aber gut, am Endeffekt kann Bremen aus dem Material, das sie zur Verfügung haben, viel machen. Allerdings wird natürlich Thomas Delaney schmerzlich fehlen und Latko Junuzovic, der geht nach Salzburg. Von daher, ja, das sind eigentlich wichtige Spieler, Schlüsselspieler bei Bremen gewesen. Könnte man meinen, dass es eigentlich ein wenig nach unten geht. Aber da Bremen ja die komplette Vorrunde eigentlich verpennt hatte in der vergangenen Saison, geht es tendenziell insgesamt gesehen weiter nach oben. Augsburg, ja, denke auch, dass die sich mit Hahn und Schieber zwei interessante Spieler geholt haben. Hahn war ja schon mal bei Augsburg. Aber das Problem, glaube ich, wird sein, ob die dann mit Finn Bogason und Gregoritsch den etatmäßigen Stürmern überhaupt konkurrieren können oder überhaupt zum Einsatz kommen. Aber an und für sich, auch Julian Schieber, obwohl er jetzt nur eine Million gekostet hat, hat ja riesen Talent, hat es leider nirgends so richtig den Durchbruch geschafft. Aber, ja, ja, in Augsburg wird er es jetzt wahrscheinlich auch nicht schaffen, aber für ein paar Tore ist der natürlich nach wie vor gut, wenn er dann spielen darf. Hits geht weg, meine Güte. Naja, die werden schon irgendeinen anderen finden, der sich zwischen die Tore, äh, zwischen die Pfosten stellt. Aber allgemein, ja, Augsburg kann wieder im Mittelfeld oder zumindest auch wieder um Platz 10 rumspielen. Hannover hingegen, nach dem Klassenerhalt, haben sie jetzt einige starke Spieler als Abgänge zu verzeichnen. Salif Sané, haben wir schon gesagt, der geht nach Schalke. Und Felix Klaus geht zu Wolfsburg. Also, das ist auch viel Qualität, die Hannover verliert. Harnik war sowieso die meiste Zeit nur Ersatz. Dafür kommt Wallis aus Hamburg, genauso wie Bobby Wood, ausgeliehen aus Hamburg. Das sind halt Spieler, die abgestiegen sind. Ich weiß nicht, ob die den Verein so nach vorne bringen oder ob sie mit Hannover auch absteigen. Naja, ich denke, insgesamt wird es Hannover noch schwerer haben, als in der vergangenen Saison, die Klasse zu halten. Und spielt tendenziell gegen den Abstieg. Zudem ist ja immer noch immer die Problematik mit den Fans und Vorstand Martin Kind gibt. Mainz, ja, hat auch eher mehr Abgänge zu verzeichnen. Aber mit Mateta aus Lyon, Kunde von Atletico Madrid und Niac Harte aus Metz kommen dann doch sehr potenzialhafte Spieler. Man wird sehen, ob sie dann Mainz auf ein anderes Niveau heben können, glaube ich jetzt eher nicht. Ich denke, die spielen wieder hinten mit. Im besten Fall im trostlosen Mittelfeld. Mit Freiburg hingegen, trotz des Abgangs von Marc-Oliver Kempf, hat mit Luca Waldschmidt einen talentierten Offensivspieler verpflichtet. Mit Dominik Heinz einen guten Innenverteidiger, auch wenn er abgestiegen ist. Und Philipp Lienhardt, der bei Real Madrid zumindest Champions-League-Luft schnuppern konnte, auch wenn er selten zum Einsatz gekommen ist, kommt dann auch ein sehr talentierter Verteidiger. Und damit Freiburg vielleicht nicht unbedingt so viel in der Abstiegsgefahr wie in der vergangenen Saison. Wolfsburg, ja, die dürfen natürlich nicht mehr da hinten reinrutschen. Mit Wout Weghorst von Alkmaar für 10,5 Millionen sich verstärkt. Ginzek kommt aus Stuttgart für 10 Millionen, obwohl er einen Marktwert von 3,5 Millionen hat, das haben wir schon gesagt. Dafür gehen die Davi nach Stuttgart und Origi, der geht zurück nach Liverpool, Laie zu Ende. Heute insgesamt Wolfsburg qualitativ stärker als die anderen Mannschaften, die in der abgelaufenen Saison im Keller waren. Deswegen müssen die auch wieder nach vorne. Düsseldorf, naja, da machen wir es kurz. Und Nürnberg, da muss schon viel zusammenkommen, dass die die Klasse halten. Und von daher kommen wir zum Power Ranking, was sich schon angedeutet hat. Im Vergleich zum Vorjahr werden Dortmund und Leipzig meiner Meinung nach stärker sein und um die Champions League mitspielen. Vielleicht sogar, wenn Bayern München irgendwie aus irgendwelchen Gründen eine Schwächephase hat, dass es sogar eine Überraschung geben könnte, also traue ich denen nicht wirklich zu. Aber, ja, wäre doch mal wieder schön für die Bundesliga auch. Schalke und Leverkusen werden, wie in dieser Saison, um das internationale Geschäft mitspielen. Hoffenheim auch, aber um die Champions League glaube ich jetzt nicht. Gladbach wird wieder ins internationale Geschäft eingreifen. Und vielleicht auch noch Bremen, wobei dann das schon alles die Mittelfeldplätze sind, wo sich dann Wolfsburg und Freiburg nach oben schieben. Dafür sehe ich halt, wie gesagt, Frankfurt als Verlierer dieser Saison. Und auch Hannover, die dann vielleicht um den Abstieg oder gegen den Abstieg spielen werden. Zu den Abstiegskandidaten sehe ich natürlich die Aufsteiger Nürnberg-Düsseldorf, aber auch dann eben Mainz oder Hannover. Naja, die Saison ist ja noch lang und hat noch nicht mal begonnen. Und es wird auch noch einige Testspiele geben und vielleicht noch den ein oder anderen interessanten Transfer, sodass sich das dann durchaus noch verschieben kann. Und eure Meinung ist natürlich auch gefragt, was würdet ihr machen? Sagt, wen ihr woanders hin ranken wollt und warum? Und dann können wir dieses Power Ranking bei der nächsten Gelegenheit updaten. Gut, sorry, dass das Video jetzt schon wieder so lang geworden ist, aber es sind halt 18 Vereine pro Verein ungefähr eine Minute. Deswegen sind wir jetzt bei 18 Minuten. Also dann bis zum nächsten Mal.